Ach, was haben Sie denn davon? Ach, was haben Sie denn davon? Ja, was bringt die ganze Sache denn schon ein? Ach, mein Freund Friedrich, der hat Glück bei Frauen. Sie sind verliebt, in ihn ehemans gedacht. Wer braucht nur einmal richtig hinzuschauen? Tu ich das auch, dann werd ich ausgelacht. Doch endlich gestern fand ich, was mir fehlte. Sie heißt Marie, das große Glück begann. Und als beim Tanz ihr Anlieb mich beseelte, dann lachte sie gerade einen anderen an. Ach, was haben Sie denn davon? Ach, was haben Sie denn davon? Warum müssen Sie nach anderen schauen? Gestatten Sie? Nein, danke, jetzt nicht. Ach, was haben Sie denn davon? Denn ich schau auch nicht nach anderen Frauen. Ach, was bringt denn das schon ein? Bitte lassen Sie es doch sein. Und Sie kriegen dafür einen Kuss. Doch ich küsse immer nur, doch ich küsse immer nur, wenn ich Laune hab und niemals, wenn ich muss. Die Josefin sitzt an der Schreibmaschine im Chefbüro von Herrn Direktor Klein. Und eines Tags sagt er zur Josefinne, heute Abend lad ich sie zum Bummeln ein. In einer Bar, da sitzen sie beim Weine und eine Meit hat spanisch etwas vor. Der Herr Direktor starrt auf ihre Beine und Josefin, die flüstert ihnen so. Ach, was haben Sie denn davon? Ach, was haben Sie denn davon? Warum müssen Sie nach anderen schauen? Ach, was haben Sie denn davon? Ach, was haben Sie denn davon? Warum schauen Sie nach anderen Frauen? Ach, was bringt denn das schon ein? Bitte lassen Sie es doch sein. Und Sie kriegen dafür einen Kuss. Doch ich küsse immer nur, doch ich küsse immer nur, wenn ich Laune hab und niemals, wenn ich muss.